Hallo und herzlich willkommen im Markt. Ich darf euch heute begrüßen zu unserer Volksküche und rechts neben mir sitzen die Strudels. Die sind eine unserer besonderen Acts heute Abend und ich mag euch ganz herzlich Hallo sagen und gleich mal die erste Frage. Was ist für euch das Besondere daran Musik zu machen? Das Besondere? Ich sage mal guten Abend vorerst. Schön, dass wir da sind. Wir machen eigentlich hier normal. Also das Besondere wäre nicht nur so zu lachen. Es liegt uns im Blut. Mir geht es um die Party. Wurmhörbiger und in die Party. Für mich ist es ein schönes Hobby. Für mich ist es Hobby arbeiten und Musik so kann ich mich anschließen. Und für dich, Angela? Für mich ist es auch ein Hobby. Warte mal, jetzt müssen wir da ein bisschen durcheinander reden, dass endlich ein wenig Stimmung da reinkommt. Angela, wieso du? Ja, weil es einfach kreativ ist und auch Spaß macht. Zusammen einfach so das zu entwickeln. Cool. Weil die alle so lieb sind hier. Und wie würdet ihr jetzt speziell euren Stil beschreiben? Strudelrock. Also wir haben ja auch ein Wort dafür gefunden. Strudelrock? Ja. Am besten einfach mal anhören. Wir sind nicht so großer Fan von Schubladen. Ja. Also eine Klassifizierung unseres Sounds werden wir selber nicht fahren. Was macht euren Sound dann besonders? Habt ihr irgendwelche außerturlichen, experimentellen Sachen? Ein Bekannter von mir meinte mal, es klingt so, als würden fünf verschiedene Leute fünf verschiedene Songs spielen und trotzdem greift sie irgendwie ineinander. Wow. Dann können wir ja richtig gespannt sein. Es klingt so, als würden fünf verschiedene Leute fünf verschiedene Partys gleichzeitig machen und trotzdem alle Spaß haben. Alles klar. Ausgezeichnet. Einer spielt immer falsch. Zwei oder was. Na dann, auf jeden Fall viel Spaß. Schöne Party. Gutes Konzert und bleibt die Ente dabei? Die Ente ist unser wichtigstes Bandmitglied. Die ist für die Moral und alles zuständig. Die feiert noch lieber wie der Markus. Muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben schon Zustände erlebt mit Enten. Richtig tragisch. Also die Ente hat insgesamt glaube ich schon am meisten Konzerte erlebt. Wir haben da hin und wieder schon mal zu dritt oder zu vier gespielt, aber die Ente war fast immer dabei. Die Ente war fast immer dabei und es gibt auch ein Lied über die Ente. Werden wir das auch hören? Klar. Dann sind wir sehr gespannt. Viel Spaß. Ja. Danke. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Musik 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 Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Musik 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 Vielen Dank Mein letzten Song habt ihr Wenn ihr zurzeit sogar die Flammen geschmissen seid, würden wir am liebsten alle wieder malen Wow, ein schönes Feuerchen machen Made in China Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020